Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lorena Ebner und ich heiße Selina Vogelsberger. Wir beide besuchen die Matura-Klasse des Humanzweiges in der Ferrari-Schule. Was uns ausmacht, wir reden nicht nur von Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Umweltschutz, wir leben das auch. Hier befinden wir uns nun in einem unserer Lieblingsräume, im Navi-Labor. Hier werden zum Beispiel Salben gerührt und Naturkosmetika hergestellt, Pflanzen destilliert oder sogar schon einmal Insekten gezichtet. Das geht übrigens deutlich einfacher als man denkt. Schon in wenigen Wochen wird aus Jausenresten hochwertiges Jausenprotein. Na ja, wer das mag, vielleicht doch eher Hühnerfutter? Insektenzucht ist jedoch schon mal ein guter Ansatz, wenn es ums Thema Welternährung geht. Aber da gibt es noch eine Menge anderer Herausforderungen, die uns im Humanzweig interessieren. Wir haben übrigens auch einen coolen Schulgarten mit einem Teich für Mensch und Tier gestaltet. In unseren Beeten bauen wir verschiedenste Kräuter an. Diese verarbeiten und verkaufen wir dann sogar. Und dabei achten wir besonders darauf, dass sich sämtliche Wildtiere heimisch fühlen können. Durch die Ausbildung hier wirst du in fünf Jahren zum Profi, wenn es um Zukunftstechnologien oder ökologischer Beständigkeit geht. Eine super Basis für den Arbeitsmarkt, in den Green Shops boomen. Bist du neugierig geworden und gehörst du auch zu jenen, denen die Zukunft dieser Erde wichtig ist? Dann komm zu uns in die Ferrari und sei Teil unserer Human Community. Frei nach dem Motto Be active and save our planet!